Leute, was für eine Scheiße, ne? Einige haben es von euch gestern bestimmt gesehen. Ich hatte gestern Abend noch eine Shattered-Fölge hochgeladen, Folge 95. Und nach ungefähr 10 bis 15 Minuten war die Folge weg. Sie wurde gesperrt von YouTube und ich hatte einen Strike bekommen. Ich hab dann erst mal geguckt, wie so ein Strike, was ist los, was hab ich falsch gemacht? Hab dann rausgefunden, dass ich im Schnitt im Bearbeitungsprogramm vergessen hatte, zwei Sekunden Pimmel rauszuschneiden, ja? Das hört sich erstmal lustig an, aber die Konsequenzen sind nicht so lustig. Weil ein Strike, der bleibt erstmal sechs Monate auf dem Account bestehen. Und ein paar Funktionen sind weggefallen durch den Strike. Ich kann zum Beispiel keine langen Videos mehr machen, über 15 Minuten. Ich kann keine Anmerkungen mehr machen, ich kann keine Livestreams mehr machen, die ich eh nicht gemacht hatte wegen meinem Internet. Aber es ist alles Kacke. Der Kanal ist vorbelastet und bei zwei, drei Strikes wird der einfach gelöscht von YouTube. Es war ein Fehler meinerseits, ich hab's einfach übersehen. Einfach übersehen, aber das ist so krass, dass es gleich so zu einem Strike ausartet, ja? Weil, ich mein, ich fänd's besser, wenn YouTube dir die Möglichkeit gibt, das Video zu bearbeiten. Ich sag mal, das ist spätes Video und du hast ein paar Stunden Zeit, um diese Szene rauszuschneiden. Das geht ja, diese Funktion gibt's ja. Du kannst ja bei einem Video, was online ist, auf YouTube im Nachhinein noch was rausschneiden, ja? Das muss ich bei Chatblatt schon häufiger machen, aber so ein Strike ist natürlich Kacke, ja? Und dann, ja gut, dafür ist eigentlich auch ein Netzwerk da, die sich dann mit YouTube in Verbindung setzen und das klären. Problem ist nur, ich bin bei Mediakraft und nicht mal beim Hauptnetzwerk, sondern bei Mediakraft Talents, bei diesem Unternetzwerk. Da, wo die Leute einen Scheiß auf die Kanäle geben, ich hab nicht mal einen Ansprechpartner, mit dem ich das jetzt irgendwie klären könnte. Das ist krass, ne? Und ich bin im, ich bin, ich hab gestern mal geguckt, ich bin im Social Blade Score, ja? Vom Social Blade Score her, der drittgrößte Kanal in diesem Netzwerk und es wird ein Scheiß auf mich gegeben. Keiner interessiert sich für meinen Kanal da, das ist so ein Witz teilweise, ne? Was auch krass ist, man merkt halt in diesem Fall wieder richtig gut, dass YouTube ein amerikanisches Unternehmen ist, ja? Sobald irgendwie Nippel zu sehen ist, ja, im Fernsehen oder sowas, ist ja, ist ja ein Skandal, ja? Aber Kinder können mit Knarren rumrennen, ja? Und da wird halt, das ist halt zwei Sekunden lang Pümmel zu sehen. Okay, das ist, das ist nicht rechtens, es steht ja extra in den Community-Richtlinien, dass sexuelle Inhalte verboten sind, das war auch nicht meine Absicht, aber, ähm, ich frag mich halt, es gibt ja auf YouTube die Funktion, dass bestimmte Videos ab 18 erst anzusehen sind, also diese Altersbeschränkung. Wieso in aller Welt sind alle Spiele, die gezeigt werden, die letzten ganzen Let's Plays, Commentaries, was auch immer, von Spielen ab 18, warum sind die ohne Altersbeschränkung? Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich mich frage, wieso, ja? Die Spiele sind ab 18, warum hat man da keine Altersbeschränkung? Und, weiß ich nicht, man kann über alles reden auf YouTube, man kann auch sexistische Aussagen treffen, interessiert sich keine Sau für. Aber sobald mal zwei Sekunden lang ein Pümmel zu sehen ist, direkt Strike. Und so ein Strike bekommt man im Kanal nicht gut, ja? Ich bin froh, dass ich zum Beispiel noch Thumbnails hochladen kann, weil früher war das so gewesen, wenn du einen Strike hattest, konntest du keine Thumbnails mehr hochladen. Das wäre für meinen Kanal tödlich, ja? Ohne Thumbnails oder auch andere Sachen halt, die wegfallen. Das ist alles, das ist alles Kacke. So, und jetzt habe ich halt den Strike sechs Monate lang. Und, ähm, ich wollte es euch nochmal sagen. Also, Shadlet kommt heute Abend wieder. Ich lade Shadlet heute Abend hoch, ohne Pimmel, ja? Ohne Pimmel. Ja, ich weiß, es hört sich lustig an, aber eigentlich ist es gar nicht so lustig. Ja, das ist eigentlich schade, finde ich. Gut. Es ist sau warm im Auto. Die Sonne ballert hier voll rauf. Ich kann euch mal kurz zeigen, wo ich bin. Ich bin hier, ähm, an einem Feld. Und ich werde jetzt erstmal, ähm, zu, zur Tankstelle fahren, weil heute ist Sonntag und alles hat zu außer der Tankstelle. Und dann werde ich erst mal essen und ich habe Hunger. Wie sau. Gut, das war's von mir. War lustig, war lustig gestern. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ähm, hat die Stimmung ein bisschen gedrückt. Das war's von mir. Viel Spaß bei Shadlet nachher. Haut da rein.